Moin Moin Eine neue Runde Uni Unsere Dupes sind wieder dabei Mal hier langsam und ein bisschen weiter Das heißt wieder dabei müssen wir ja mal gucken was die machen bevor das nächste Update wieder kommt Das gibt es schon im Beta Bereich hab ich mir auch schon mal angeschaut Aber wir spielen natürlich unseres hier weiter und man muss auch nicht neu anfangen Nahrungsmangel Jo dann, kontinuierlich Warum macht das keiner? Jetzt okay Alles klar Mal hier gucken Das hat Priorität 6 Das sollen sie dann nochmal wegschaffen Farmer Hammer Wir haben jetzt aber nur 3, 4 Betten und 5 Dupes Die müssen wir sowieso von da unten mal umziehen damit der ganze Dreck da weg kommt Wenn man mal hier schaut sieht nicht gut aus ne Sieht nicht gut aus aus diesem Grund Da hinten halt nicht ähm Okay Okay wir machen hier das mal weg Und Das noch dahin Nehmen dann hier nochmal Kommen wir da noch dran? Weiß ich jetzt gar nicht Dahin und tun auch mal Möbel Ja bevor wir unten die Betten weg machen Machen wir sie oben hin Die brauchen ja Das muss ja ein Raum sein Der darf glaube ich nicht viel größer Kriegen wir da 5 Betten in so einen Raum oder nicht? Äh Das müssen wir selbst mal schauen 2 3 4 5 Kriegen wir die da rein? Äh Das geht ja darum dass die so ein Hier Äh Na wo sind sie denn? Na ihr wisst schon was ich meine hier Äh Kaserne nennen sie es Wieso ist eigentlich Kaserne unter unter Äh Übersetzt nicht untersetzt Hm Leute macht ihr mal was zu essen? Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Warum füllt er den Strom aus? Nails Du brauchst die jetzt nicht tun Mach lieber essen Hm Äh Mach lieber essen Deswegen Priorität 7 Okay Okay da haben wir Das muss ja auch noch alles umgebaut werden Wir müssen ja auch mal das Dreckwasser irgendwo wegkriegen Da ist Essen Das muss unser Farmer machen Der hat doch glaube ich auch äh Ne hohe Priorität Wieso hat der eigentlich nur Ne 5 Warte war da noch was anderes? Ne 6 6 6 6 6 Alles klar Okay der Kühlschrank ist dort Das gibt ne Kantine Das sollen sie machen Wann kommt eigentlich ja nichts zu? Bald In 48 Sekunden Okay das muss aber noch höher Jo Wo ist denn das hier? Da können wir noch ein Bild drüber 1 2 3 4 Ins fünfte 1 2 3 4 Ins fünfte Das muss da lang Das ziehen wir auch mal hier hinten rüber Da ist noch jede Menge Algen Ähm So So Da ist ein Duke Das wäre der 6ste Aber das Essen sieht natürlich alles andere als gut aus Als der Hammer Ähm Was macht er denn hier? Athletisch Mutual Ja Tauchen Uninteressant Ähm Er macht hier Aber eine gute Ne Kann folgende Arbeit nicht ausführen Graben Das ist ganz schlecht Ähm Der fällt uns überall in Schlaf Und kann von nicht ko- Ne ja ne Außerdem Müssen wir jetzt mal ein bissl aufs Essen achten Wieso ist eigentlich dieses Klo dort immer noch nicht fertig? Wie lange bauen die eigentlich da dran? Das sollen die jetzt mal... Na nicht Klo, das Waschbecken fertig machen! Ich gebe jetzt mal eine hohe Priorität! Ne? Dauert denn das so lang bei euch? Da hinten ist noch ein bissl Essen Gut Jetzt pennen sie immer noch da unten im Dreck Und wo ist der fünfte? Der schläft halt irgendwo Der schläft halt irgendwo Machen wir schneller So So Soweit so gut Kantine ist jetzt Nebensache Wir machen hier Ähm Das da oben ist auch erstmal Nebensache Wichtig ist eigentlich erstmal Das Und Die Dinger sind auch wichtig Weil das ist unsere Sauerstoffversorgung Eine 7 Alles klar Die versorgt diese Zwei Akkus versorgen nur die Lampe Das ist uninteressant Okay Da müssen wir hier Damit die da oben noch reinkommen Ähm Müssen wir auch mal graben Da können wir da hinten hingraben Sonst können sie das Ding da nicht bauen Haben wir denn schon jemand... Haben wir denn eigentlich schon... Ich tue jetzt... Forschung machen wir noch ne Nahrungsmangel ja ja Forschung abgeschlossen Das lassen wir jetzt auch mal Damit wir diese... Arbeitszeit haben Der Stresspegel ist noch viel zu hoch Das heißt der... Nimmt uns jetzt den Strom da weg Der ist da angeschlossen Das ist nicht gut Ja So hier Äh Zack Alles klar Alles klar Beide Klos kaputt Auch nicht gut Betten haben wir genug Da sollen die da oben erstmal pellen Da sagen wir hier Zerlegen 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 Und zerlegen Und ich tue mal deaktivieren Und... Deaktivieren Hat ne Sauerei gemacht... Ja klar Weil's... Das ist wieder hier Wegwischen Das ist auch Dreckwasser Wieso habt ihr diese Klos Ist nicht rechtzeitig fertig gemacht... Äh... Sauber gemacht Ja 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 Das ist natürlich alles andere Jetzt hat's gut Ne Jetzt läuft das Dreckwasser Da unten rein Überhaupt nicht gut Latschen die noch da drin rum Wenn man nicht aufpasst auf die Das passiert natürlich mit den anderen In der Regel nicht Weil die Wasseranschluss haben Ich mein die anderen Toiletten Die es da gibt So jetzt fließt da unten rein Okay Müssen wir mal gucken Was jetzt passiert Das bitte aufwischen Ah hier oben auch noch So dann brauchen wir hier Sanitär Was haben wir hier Neues Okay dann brauchen wir hier Eins Zwei Zack Wir brauchen eine Tür Und Und Gehen wir hier auch nochmal hoch Okay Jetzt haben wir hier aber noch Jetzt habt ihr aber bald alles Ne Das ist noch Da oben ist jetzt glaube ich besser Achso wir brauchen hier noch Sauerstoff Komm mal her Das da unten Das da unten brauchen wir nicht Normalerweise müssten wir das hier Das muss ja irgendwo mal abfließen Das heißt abfließen Diese Suppe die muss ja mal irgendwo auch hin Könnten wir dann auch mal hier runter bauen Könnten wir dann auch mal hier runter bauen Da ist noch jede Menge Wasser das ist ja noch okay Nahrungsmangel gar nicht okay Wir brauchen mehr Von diesen Dingern Ähm dann tun wir hier nochmal Nahrung Ist hier das mit denen Okay okay Ähm Eins Zwo Drei Vier Fünf Eins Zwei Eins Zwo Drei Vier Fünf Da kriegen wir aber unsere Farm nicht rein ne Wollt ihr diese Farm machen wir mal vielleicht da oben Müllkalorien 800 Das ist aber nicht unser Farmer Äh hier unser Farmer hat diesen komischen Farmersuit auf Apropos hat er nicht Wieso nicht Ähm Engineer Doch hier Catalina Was ist denn hier los Ähm Forschung Nein 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 Kampf Nein Farm Hm das sieht eigentlich in Ordnung aus Okay Weiter geht's Im Takt Ja geh du mal aufs Klo Ah Was ist denn hier eigentlich los Ich Fülle uns das mal da rein Komisch da war jetzt keine Anzeige Wir sind noch zu wenig für all diese Aufgaben Vor allen Dingen Vor allen Dingen weil die hier Forschung abgeschlossen Aber wieso forscht ihr denn da Was Was forscht ihr denn Achso das Gitterziegel Duschen Waschbecken Toiletten Ähm Die duschen Blockieren unsere Dubs Für eine lange Zeit immer Die Toiletten werden noch okay Die duschen eigentlich nicht Äh Braucht man nicht Sie sind zwar dann immer Auf als dreckig Und sowas in der Art Aber naja okay Was ist denn da jetzt Er hockt da Okay da haben wir einen Kühlschrank Ähm hier kann ich Trauben für essen Müllwurz sammeln Das ist ja noch okay Okay alles klar Kriegen wir hin Aber wo tun wir jetzt mal unser Dreckwasser Das muss ja auch mal irgendwo hin Ähm Was ist das hier? Sandstein Nee Das habe ich falsch gewählt Ich will hier die Leiter Sandstein Das machen wir so Machen das so Und so Und das nehmen wir weg Mh Gehen dann Das sollen sie nicht machen Jawohl Was machen wir denn hier für nichts Ähm Machen das weg Wieso? Was ist denn da jetzt das Problem? Ähm Was ist hier? Nahrungsmangel und zu reichende Sauerstoffproduktion Was ist hier? Ja das kriegen wir ja noch hin Aber es ist hier los Nahrungsmangel sieht nicht so gut aus Aber naja okay Wieso mag er das denn da hinten nicht? Ähm Verstehe ich nicht Sechs Sieben 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 Das noch Und das Müssen wir jetzt gucken Äh das ist sieben Dass die nicht noch was anderes machen Okay Können wir das jetzt da gebacken Leute? Schafft ihr das jetzt? Jawohl sehr schön Ach jetzt macht er die Treppe darüber Ähm Da kannst du jetzt hier nochmal Muss auf einem freien Platz gebaut werden Ist der Platz nicht frei? Warum nicht? Okay Okay das will ich jetzt nicht haben Ne? Äh Dann müssen wir das anders da machen Dann müssen wir das weg machen Müssen das so machen Und müssen halt hier Mit der Leiter runter gehen Wird er das nicht? Müssen wir das wirklich zerlegen? Was hat er denn? Nails was war los? Unser Reichen Sauerstoff Hoher Stress Alter No Job Ähm Wieso hat Nails keinen Job? Research Assistent Komm Machst du halt das? Hat mir den nicht schon mal einen Job gegeben? Hol dir deinen Job ab Ich hab dir einen Job gegeben Nails Du sollst dir deinen Job Och Alter Geh da oben hin Ähm Gehe zu Guckst du Ja Wasch dir die Hände Und hol dir deinen Job ab Oh Gott Alter 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 Will er nicht Will er nicht Pazifist Schraubenkasper Was macht denn ein Schraubenkasper? Ähm Achso basteln Kann ja einen Kampf basteln Kann graben Wir brauchen ja noch einen Ne Kann nicht graben Nicht konstruktiv Langerland Ja komm Obwohl wir kein Essen haben Ne Können wir nicht Können wir nicht Nails ich hab dir einen Job Wieso geht die Der die Da nicht hin Welchem Objekt? Ne Okay das haben wir soweit Ähm Das könnten wir dann auch mal mit einer Priorität weg machen Dann machen wir auch eine Priorität von 7 7 Äh Damit das Ding da mal fertig wird Du kommst aber jetzt spät Und können wir denn schon Mobiliar Ja Kann man nicht Ne Leere Leinwand Kann man nicht Unzureichen Sauerstoffproduktion Ja ja kommt noch Ne Wir sind halt zu wenig Das ist ja das Problem Jetzt haben wir da eine Tür Jetzt sollte das da hinten Und dann noch die Wand So macht das Ding auch fertig Dann haben wir da hinten Sauerstoff Erde Sandstein mitgeliefert Da kommen jetzt noch die Algen Das müsste ja noch genug 4500 Kilo Blob Blob Alles klar Es ist halt nicht so richtig sprickelnd Mit unserer Stromversorgung Ja Haben wir eigentlich Kohle Kann ich Flüssigkeit verbrauchte Ärzte Wie? Kohle 21 Tonnen 21 Tonnen an Kohle Toiletten auch wieder fast voll Äh Das will auch irgendwie keiner immer äh leeren Hm Was soll denn das? Toilette leeren Wenigstens eine nennt er sich jetzt wieder zwei Und dann sind zwei wieder nicht im Betrieb Auch nicht so toll So Sauerstoffproduktion Da oben das haben wir noch nicht Deswegen kann das noch kein Schlafzimmer sein Die Akku ist fast voll Der aber nicht Forschung dürfte ja bald fertig sein jetzt hier Ne ja doch nicht Ähm Wenn ich die aber abbreche Zack Die lassen wir jetzt erstmal Wir brauchen hier alle Kräfte Auch wegen dem Strom So Da wird schön geerntet Dreck weggebracht haben sie immer noch nicht Aber das ist ja nur wenn sie nichts anderes zu tun haben Hier habe ich gesagt Tue die Toilette ausleeren Äh Die ist aber irgendwie voll Stress erbrechen Mach die Wurzerei weg Hundert Prozent Wir haben es aber auch jetzt hier Wischen Ja 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 Geh halt da drauf So die Toilette ist sauber Hatte ich die Deaktivierte Autoreparatur Kann ich nicht Kann ich nicht säubern Interessanterweise Toilette die kann ich leeren Äh Die net Ist aber fast voll ne Ist fast voll Okay alles klar War wieder bissl stressig Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Ciao